Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 77 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gehen wir heute ins Kino? Skal wir biografen i dag? Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ja, er straks te be. Mamas Schuhe sind zu groß für mich. Mamas Schuhe sind zu groß für mich. Mamas Schuhe sind zu groß für mich. Mamas Schuhe, er verstorzimmer. Sophia sitzt am Tisch. Sophia sitzt am Tisch. Sophia sitzt am Tisch. Sophia sitzt am Tisch. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Die Frauen schreiben etwas auf eine schwarze Wand. Die Farbe tropft vom Pinsel. Die Farbe tropft vom Pinsel. Ich lache viel und gerne. Ich lache viel und gerne. Ich griner meget und ich kann lieb es. Heute ist ein prominenter Gast in unserem Studio. Heute ist ein prominenter Gast in unserem Studio. Ich bringe meinem Sohn das Schwimmen bei. Ich bringe meinem Sohn das Schwimmen bei. Ja, er wäre leer, mein Sön er schwimmt. Die Arbeit mit Holz ist mein Beruf. Die Arbeit mit Holz ist mein Beruf. Die Arbeit mit Holz ist mein Beruf. Arbeite mit Rehe mit Erwerb. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like.